Der Kerl ist weg! Der Kerl ist weg! Aber ich kann doch nichts dafür! Ich kann... Ich kann doch... Ich kann doch nichts dafür! Das kennen wir! Vor Gericht kennen wir alle nicht dafür! Was weißt denn du? Was redest denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander! Verbrecher! Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr eure Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was ordentliches gelernt hättet. Oder wenn ihr arbeitet! Oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt! Aber ich... Kann ich denn? Kann ich denn anders? Hab ich denn nicht dieses verfluchte In mir? Das Feuer! Die Stimme! Die Qual! Du willst also damit sagen, dass du morden musst! Immer... Immer muss ich durch Straßen gehen! Und immer spüre ich... Da ist einer hinter mir her! Jetzt bin ich selber! Und verfolgt mich! Lautlos! Aber ich höre es doch! Ja! Manchmal ist mir... Als ob ich selber hinter mir her liefe! Ich will davon! Von mir selber davonlaufen! Und ich kann nicht! Kann mir nicht entkommen! Muss! Muss den Weg gehen, den es mich jagt! Muss rennen! Rennen! Endlose Straßen! Ich will weg! Ich will weg! Und mit mir... Rennen die Gespenster! Und Müttern! Und Kinder! Die gehen nie mehr weg! Die sind immer da! Immer! 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 Ja! Nur nicht... Wenn ich's tue! Wenn ich... Dann weiß ich von nichts mehr! Dann... Dann steh ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe und lese und lese... Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts! Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt bei ihnen! Wie ich tun muss! Will nicht! Muss! Will nicht! Muss! Und dann schreit eine Stimme! Und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet. Dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schadenfeuer! Dieser Mensch muss ausgerottet werden! Dieser Mensch muss weg! Der von sich! 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 Ich klicke ums Wort! Das Wort hat euer Verteidiger! Mein sehr geschätzter Vorredner! Der von sich! Der von sich! Das gehört nicht hierher! Hab behauptet! Die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handelt, spreche ihn das Todesurteil! Stimmt! Er irrt sich! Gerade in das Moment des Zwangs spricht mein Klienten frei! Du Hörerartmensch! Das ist wohl verrückt! Du besoffenes Krass! Der von sich! Enthebt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tod! Und für etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen! Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Dass er am Leben bleiben soll! Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist! Und einen kranken Menschen übergibt man nicht dem Henker, den übergibt man dem Arzt! Willst du die Garantie für seine Heilung übernehmen? Wofür baut der Staat seine Ehrenhäuser? Und was geschieht, wenn er ausbricht aus dem Ehrenhaus? Ja, oder als der Heil entlassen wird, und eine schöne Tagesfänge das Morden müssen wieder von vorne haben? Wieder monatelange Hetzjacht! Wieder Paragraph 51! Wieder Ehrenhaus! Wieder ausbrechen oder entlaffen werden! Und wieder Morden müssen! Und das geht ja nicht in alle Ewigkeit so weiter? Einen Menschen zu töten, der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht! auch nicht der Staat! Und Sie schon gar nicht! Der Staat hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitmenschen eine Gefahr zu sein! Ach! Du hast keine Kinder, ja! Nicht? Na also, da hast du auch noch kein'n verloren! Na ja, ja, klar! Wenn du aber wissen willst, wie das ist, wenn einem so ein Kindchen genommen wird. Denn fahr mal die Eltern, denen der da ihre Kinder genommen hat. Rasen war nach den Tagen und Nächten, wo sie nicht wussten, was los war. Und denen später, wo sie endlich wussten, was los war. Fahr doch die Mütter! Die Mütter sollst du fragen! Was hast du denn, hätte von der Müttergnade für den Mörder ihrer Kinder erlangen müssen? Die Frau hat recht, auf zu recht haben. Keine Gnade für den Mörder! Keine Gnade! Nieder mit der Mörder! Sag sie tot mit uns! Abgehen, die Bestie! Totschland! Bringt das Meer hart! Tod vom Bräder! Totschland! Totschland! Lass mit ihm! Kriegt sie um die Bestie! Totschland! 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 Er lasst du mich nicht niederstrahlen von uns! Ich werde nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord vergangen wird. Ich verlange, dass diesem Menschen... Das ist ja kein Mensch! ...dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteilen wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat. Auf werden wir! Ich verranke, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird. Ausgerichtet Polizei! Ausgerichtet Polizei! Im Namen des Gesetzes. Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss ihm noch besser auf die Kinder achtgeben.